dieser mercedes benz c180 steht hier zum verkauf der silberne kombi ist fünftürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 8000 kilometern die erst anmeldung war ende 2013 der kombi besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer isofix kindersitz befestigung navigationssystem einparkhilfe und vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 156 ps an ein automatikgetriebe ab für eine besichtigung oder probefahrt steht ihnen das fahrzeug jederzeit zur verfügung kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen